hallo leute und willkommen zurück zu einer weiteren folge minecraft so ich bin hier wieder in meinem keller hier geht es nicht nur wieder dunkel draußen ja auch nie was macht es macht es recht nachts ist kälter wie draußen und zu fuß ist kürzer wie über den berg ist schon wieder ein zombie an einem garten ouch so mal eben fix schnell stein hier rein tun so ist keine kohle mehr drin so den an die man wieder mit stein versorgen ja hat er nämlich nichts mehr zu tun und wenn er nichts zu tun hat wird er unleuglich dankeschön bitte gern geschehen so ich brauche aber noch eisenbahnen weil sacke defekt und so ein bisschen sind nur noch eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht stecks also es wird langsam knapp drei hundert stein verballert was wollte ich noch Bueno was noch keine pas jemand so haben wir auch erledigt mein schwert ist ja auch noch nicht rückstoß war bis hin rückstoß weil ich es bahn also neuer stein ist in arbeit hatte ich ja den kann ich ja jetzt quasi da draußen wieder zaun setzen wir gehört ins haus rein bitte wir gehört ins haus rein und wir haben ein loch im haus und ich sag noch dass mit den druckplatten ist scheiße hier ist noch ein creeper jetzt kommt noch ein creeper ok den habe ich diesmal aber noch einer jetzt geht eine tür mit dem mit der druckplatte auch nicht mehr auf weil die druckplatte nämlich weggesprengt ist das ist falsch das ist Was ist da gefahren hier? Das kann ich jetzt mal ausreparieren, ne? Prima. Ach, Andi, Andi, Andi. Was brauche ich? Steins Siegel. Steins Siegel. Steins Siegel. Steins Siegel. Steins Siegel. Den erhöhen Sie noch hin und�len Sie noch ein Glas. Noch hoch, hier fehlt ja auch die Decke. Ja. So, also muss ich jetzt Sand abbauen gehen, damit wir Fensterscheiben bauen können. So, die... Hm? So, mal mehr, die Müllkang. Vielen Dank. Vielen Dank. Cool als Sand zu sammeln, aber... naja. Was sollt... ne? Vielen Dank. Vielen Dank. So, ich hoffe, das reicht. Du hast muss repariert. Alles, was unter dem Fenster war. Ah, ja. Alles, was über dem Fenster war. Ja. Wir müssen hier wieder Fackeln aufstellen. Jetzt startet nix. So, Sand war Glastern, ne? Ja. Hier sind übrigens noch Steine für dich drin. Mhm. Jetzt eh gleich haben wir telefonieren kurz. Auch noch. Ja, der erste Einsatzalarm ist schon aus. Ich hoffe, dass es mich nicht trifft, aber momentan möchte ich das nicht ausschließen. Mhm. Frage, wo sind meine Einsatzklammern? Äh. Eingepackt. Mhm. Genau, Manni. Eingepackt. Damit bist du dein Wurst-Status 6. Nein. Ich mach das jetzt doppelt und dreifach. Bis gleich. So, und solange wie der Tier einschmützt und der Andi nicht da ist, gehe ich mal eine Runde der Umzaun bauen, da wo der Andi Steine gebaut hat. Und, sehe ich auch gleich mal, was Herr da fabriziert hat. Okay. Okay. Jetzt fährt dein Zug nach ein Irgendwo, Menschenskid. Ja, gleich laufen, wenn ich dem Ding immer hinterher an was. Okay. Ich muss auch noch zurück. Heee. Ja. Ja. Ich muss auch noch zurück. So, dann bauen wir mal Zaun, ne? So, dann bauen wir mal Zaun. 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 So. Das reicht noch nicht, das reicht noch. Hier hat ja Andi auch schon eine Leiter hingewort. Ja, hallo. So nicht. Die wollen wir auch mit der Bahn fahren, ist wohl auch lauffaul. Okay. 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 Ich habe akustisch gerade nicht verstanden. Kann sein, dass ich gleich weg muss. Jo. Das ist schade. Das ist schade. Kann sein oder steht schon fest. Das ist schade. Das ist schade. Das ist schade. Das ist schade. Ach, hier war ja noch Baumholz. Holzbaum. Holz. Hier ist schon wieder ein Skelett. Was bauen die denn hier noch? So ist das doch hier gar nicht mehr. Halt noch mehr Licht, ist mir noch egal. Noch mal. Ähm, Holz. So, Stecken müssen wir auch wieder herstellen. So, Stecken müssen wir auch wieder herstellen. Ach, Mann. Implementär. So, Stecken müssen wir auch wieder herstellen. So, Stecken müssen wir auch wieder herstellen. So, Stecken müssen wir auch wieder herstellen.